Müssen wir noch weiter runter? Äh, ich bin verwirrt. Ah, nein, müssen wir nicht. Okay, wir laufen dem jetzt einfach hinterher. Okay, gut. Alles ist gut. Ja, noch eins. Die müssen wir auch ansprechen. Das ist die zweite, die wir ansprechen müssen. Und dann noch jemanden dritten. Aber dann war es das auch schon wieder gewesen. Dann sind wir fast schon wieder aus der Käfer raus. Oh ja. Rucki-Zucki mit dem Regi. Ha, ha. Ah, okay. Okay, das war schwer. Rucki-Zucki mit dem Regi, hm? Aber, okay. Aber wir konnten uns eine Sodapop sparen. Weil wir nach dem Lucario-Battle eigentlich eine benutzen mussten. Beziehungsweise vor diesem Battle hier. Habe ich jetzt nicht gemacht. Warum? Ja, weil ich mutig bin. Hm. Es kann sein, dass es jetzt noch hinten losgeht. Ich hoffe nicht. Aber wir waren jetzt in diesem Einbruck und Center. Dann wäre es nicht ganz so tragisch. So, hier machen wir Schleuder drauf. So, zack. Für sowas ist das zum Beispiel gut. Vielleicht begegnen wir noch einen Pokémon, wo wir das Schleuder drauf machen. Also, das Schleuder drauf machen. Yo. Aber deswegen halt. Ne. So, zweimal Aerial Ace wegen Intimidate jetzt. Was macht denn nichts? Ei, 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 ei. Ah, das war richtig YOLO jetzt. Okay, alles klar. Dafür müssen wir jetzt nicht heilen. Nein. Wir kriegen jetzt einen Free Heal von jemandem. Och Gott. Wir haben eine Stradapop gespart, die wir eben leider benutzen mussten. Hier meine ich. Ja. Free Heal, please. Thank you. Okay. Okay. Jetzt, äh. Die darf uns nicht sehen. Okay, gut. Okay, ja gut. Ich dachte, das wäre jetzt ein Trainer, aber nee. Der gibt uns nur Blitz. Alles ist gut. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch. Wo den Spinner? Erwollten. Scheiße. Nein. Ich wollte gerade weggehen. Ich so, ach. Und dann, ja. Scheiße. Und jetzt? Ha. Eine sehr gute Frage. Okay. Das ist nicht gut. Wir können ja gut sterben. Ähm. Ich mache einfach zweimal Sword Dance. Äh. Meint ihr, das ist dann tot? Mit Aerial Ace? Keine Ahnung. Ich muss so einfach... Wenn ich jetzt sterbe, habe ich mich gehabt. Oh mein Gott. Das hat Study genau. Ah. Nein. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin die Beste, die es gibt. Oh mein Gott. Ach nee. Oh. Ich bin so doof. Ehrlich. Jetzt hat's uns Habelucha. Tja, was soll ich machen? Ne, passiert halt. Wenn man, wenn man kein Pro ist, wenn man so dumm ist, dann passiert sowas. Vor allem, wenn man die Study vergisst. Tja, keine Repails, kein gar nichts. Ich bin, ich bin so dumm. Wirklich, ey. Maa, das war so unnötig. Und jetzt renne ich hier am besten noch rein. Okay. Naja, was soll's, ne? Kann ich jetzt nichts machen? Passiert halt. Das ist halt dumm. Okay, hier lang. So, und dann erweiten wir mal das Gras. So ein bisschen. Okay. Und jetzt betreten wir einfach das Pokémon Center, damit wir hier spawnen. Einfach so. Aus Jux. Ne, wisst ihr was? Wir kaufen jetzt ne Dings. Wir kaufen jetzt Repples. Ist doch scheißegal. Kauk auf Speed, ey. Mann, wir sind ja auch im Let's Play. Da kann man auch mal ein bisschen langsam machen. Ne, das ist kein Problem. Kauk einfach ein Super-Repple. Was soll das denn? Was soll der Scheiß? Ehrlich? Tja. Ist mir doch egal. Ha. Ha. Jetzt will ich auf sowas achtgeben. Pah. Bin ich richtig? Nein, bin ich nicht. No. Katt. Okay. Schluss mit Failing, liebe Xiaomi. Und gleich erweiten wir den Trainer auch. Okay, hier müssen wir aufpassen wieder. Okay, alles gut. Alles ist gut, alles ist gut, gut. Oh, okay. Repple, Repple. Ja. Gut. Nur doof, dass man hier halt nicht irgendwie... Na, hier nicht jemand? Ja. Gut. Nur doof, dass man hier nicht... Parade fahren kann oder so. Irgendwie stört mich das. Ich hab Angst, ich laufe noch nicht. Ich warte noch die nächste Runde ab. Guck weg, bitch. Wow. Muss ich echt nochmal super Repple so einsetzen? Ma. Oh, ich krieg zu mir. Ich funktioniere nicht, wenn du mich antouchst. Ich funks wie nur... Naja, so halt. Na, egal. Scheiß drauf. Funktioniere nur, wenn du mich anbuttonst. Okay. Okay, so. Nein. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Okay, gegen den müssen wir aber kämpfen. Und das sogar gewollt. Wow. Puh. Okay. Okay. Gut. Das war jetzt... Das ist sogar... Naja, okay. Passiert mir. Es ist halt so. Rigi, hast du uns jetzt... Kein Ding. Mach ich halt ein paar Extraschritte oder sowas. Zack. Bam. Wow. Es hat überlebt. Es hat echt überlebt. Es hat überlebt. Es ist... Es hat... Es ist... Es ist nicht dazu gedacht zu überleben. Bis da... Ach so. Ich kann nicht nochmal... Oh mein Gott. Ja. So, nachdem ich Dominus... Ahem. Naja. Diesen dummen Fehler gemacht habe, wo ich mich ehrlich wirklich jetzt richtig hardcore drüber ärgere. Wirklich. Also ich bin wirklich dumm. Manchmal. Wirklich dumm. Was will ich denn schleudern? Bitte. Also manchmal frage ich mich auf, was ich genommen habe. Falls ihr euch wundert, warum Havlusha jetzt Level 26 ist. Ja. Ich bin nochmal in einen Spinner gelaufen. Ja. Ich bin die Beste aller Zeiten. Und da bin ich auch nochmal gestorben. Das heißt... Ja. Ich... Ich... Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin einfach behindert. Keine Ahnung. Ich weiß... Das ärgert mich. Das ist einfach... No way. Das geht nicht. Keine Ahnung. Hallo? Ach, egal. Naja. Passiert, ne? Muss ich halt ein paar Extraschritte machen dann. Mit der... Sanftglocke, die wir bald bekommen. Ja. Mal sehen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr. Ich habe auch so viel Geld verloren. Ich habe keine Ahnung, ob alles mehr klappt jetzt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich musste ja immer wieder Schutz kaufen. Wow. Pokéball. Äh... Da in dem... Ja, jetzt habe ich auch keinen Schutz mehr. Cool. Weil ich wollte nicht zu viel Geld für den Schutz ausgeben. Äh... Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles noch klappt. Weil ich muss später eine TM kaufen. Und halt reichlich einkaufen. Ich... Ich weiß es echt nicht. Wenn nicht, muss ich halt irgendeinen Trainer machen. Was weiß ich denn? Was soll ich sonst tun? Okay. Das müssen wir noch mitnehmen. So. Und dann dürfen wir jetzt endlich diese Scheiße hier verlassen. Oh, ich hasse diese Cave. Ich habe die beim ersten Durchspielen gehasst und ich hasse sie weiterhin. Jetzt erst recht. So. Äh... Welches Haus? Ich weiß nicht, welches Haus. Ich spreche einfach jetzt gerade mal jeden an. Ich weiß nicht, du? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich... Du? Äh... What? Okay. Das ist aber gut. Cool. Die kann mir helfen. Die können mir dann helfen. Die Stardust. Später für... Für... Zum Verkaufen. Das ist gut, dass ich sie angesprochen habe. Okay, ich glaube, das mit dem Geld scheint dann kein Problem mehr zu sein. Gut, dass ich den Fehler jetzt hier mit dem Haus gemacht habe. Anscheinend ist es das Haus. Ja. Hi. Gut, wenigstens etwas. Das ist schön. Gut. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens ein Fehler passiert, der passieren sollte. Was weiß ich. Jetzt tauschen wir das natürlich aus gegen... Das. Dann brauchen wir einmal ein... Pipi ab. Boah, ich wollte schon sagen, wo ist der Pipi ab? Für Aerial Ace. Ganz ruhig jetzt, damit wir keine Fehler machen. HP ab benutzen wir. Protein benutzen wir. Und das Iron benutzen wir. Damit benutzen wir das... Was? Ich habe nur ein Sweetheart bekommen. Warum muss ich drei benutzen? Okay, cool. Äh. Cool. Okay, cool. Sind da Pokémon halt nicht voll aufgeheilt? Hey, was soll's? Kein Problem. Äh. Nein, meinte ehrlich, das mache ich jetzt? Nein. Mache ich bestimmt nicht. Es ist mir total egal, wie viel Zeit da drauf geht. Ich heile unser Pokémon jetzt. Ja, zwar das Sweetheart jetzt verschwindet, aber ich bitte euch. Also, ob ich jetzt nochmal freiwillig sterbe und irgendwo lande dann. Hinter der Glittering Cave. Sicher nicht, nicht. Also, wenigstens spawne ich jetzt hier. Das ist doch schön. Okay. Gut. Durchatmen. Jetzt ist viel getextet. Ah. Okay. Jetzt habt ihr voll ins Mikro geatmet. Geil. Das wolltet ihr natürlich alle hören. Hier so. Ah. Ah. Sayu haucht uns nochmal ins Ohr. Oh ja. Ja. Und das gerade wieder so ein bisschen rumgeht. Einer auf Twitter. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nur gehört. Hat geschrieben. Ja. Für 5 Euro zieh ich einmal meinen BH runter. Und ich dachte so. Okay. Okay. Gut. Ja. Auf Twitch. Wisst ihr so im Livestream. Ja. Für 5 Euro einmal meinen BH. Also, die streamt nur in BH. Und die zieht ihn einmal runter, wenn sie 5 Euro kriegt. Und ich war dann wieder so ein bisschen toll. Und deswegen. Das fällt alles so negativ auf weibliche Let's Player zurück. Da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwas zu hören kriegt. Wenn man halt als weibliche Let's Player in der sitzt. Und streamt. Nee. Muss man nicht. Aber gut. Was soll ich machen? Ich meine. Mehr als sagen. Ja. Ich halte meine Titten nicht in die Kamera. Und ziehe BHs für 5 Euro runter. Aber was soll man machen? Das ist dann einfach dieses Klischee. Genauso wie alle Pakistani irgendwie Bomber sind. Oder weiß ich. Keine Ahnung. Das war jetzt ein dummes Beispiel. Aber sowas in der Richtung halt. So. Jetzt müssen wir ganz viel skippen. 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 So. Und. Ja. Ja. Das war's. 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 Anscheinendlich war es nicht. Ich hab. Ich. Ja. Gut, dass ich doch nochmal auf den DS geguckt hab. Weil ich hab schon aufgehört, darauf zu gucken. Ja. Also. Ich weiß nicht, was ich von solchen Streamerinnen immer halten soll. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich. Ich find's nicht schön. Bis da. Da bist du diese. Das ist ja. Das ist halt. Das ist. Das ist. Doof. Doof. Naja. Ich freu mich immer, wenn Pokémon-Kämpfe kommen. Allerdings halt, wenn ich besiegt werde, dann nicht. Aber eigentlich, wenn ich halt nicht so dumm spiele, es macht's am meisten Spaß im Speedrun, den Battle zu schaffen. Es ist halt frustrierend, wenn man's nicht schafft. Gerade, wenn man so dumme Sachen macht. Ah, ich weiß. Ich sag jetzt dumm so oft, aber man, das ärgert mich. Es ist wirklich... Ach, egal. Ne. Das ist dann wieder mein Perfektionismus oder mein Ehrgeiz, der da... Ne. Ich weiß nicht. Ich hab immer so ein bisschen diesen perfektionistischen Drang. Vielleicht sieht man's nicht so, aber... Ich will mal das Perfekte haben. Es geht nicht anders. Ah. Wenn etwas nicht in meinen Augen halbwegs perfekt ist, dann geht's einfach nicht. Dann ist das No-Go. Ich hab doch Ja geklickt. Bitte. Come on. Ja, ich möchte dich betteln. Ja. We want to battle. We want to battle. Okay. Bitte. Mach einfach... Also, das Miaustick muss jetzt Lichtschild oder, wie heißt es auf Deutsch, Fakeout Mogelhieb machen. Sonst, äh, ja, ist das nicht so geil. Ach nee, wir müssen jetzt erstmal einen X-Speed geben. Oh, wir brauchen den Speed. Wir nehmen die Droge. Okay, Lightscreen ist gut. Danke, dass du etwas getan hast, worum du gebeten wurdest. Denn jetzt findet, ähm, Zugabe. Seinen Nutzen. Und jetzt machen wir zweimal Sword Dance. Oh ja. Nochmal. Und danach machen wir nochmal Encore. Ja, ja, so gemeint sind wir. Das arme Ding. Oh, ich weiß. Aber naja, so ist das halt. Okay, dann nochmal Sword Dance. Denn wir brauchen den Dreifach-Boost. Und gerade, weil wir das Modest Nature haben. Aber okay. Gut, wir haben es mit einem geschafft. Das ist schön. Oh ja, das ist toll. Och man, ey. Aber wahrscheinlich... Ah, wir haben das, glaube ich, mit einem geschafft. Weil eigentlich brauchen wir zwei Aerial Ace. Weil wir jetzt schon Level 27 sind. Eigentlich sollten wir Level 26 jetzt erst sein. Tja, gut, dass ich gestorben bin. Äh, 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 äh. Aber okay. Gut. Mistakes happen. So, und danach sind wir jetzt schon fast Level 28. Das ist cool. Ja, das kann uns in der Arena nur vom Nutzen sein. Denn jetzt lernen wir schon Flying Press. Das ist cool. Flying Press, ja. Forget. Und zwar für, äh, Fling. Brauchen Fling nicht mehr. Rippfling. Keine Schleuder mehr, zum Glück. Das ist ein Signature-Move. Flying Press. Das ist angelehnt natürlich an Wrestler, ne? Ist ja klar. Ja, ich bin kein Fan, aber mein Gott. Hablucha ist mal was anderes, ne? Wir haben keinen Honig oder so. Ich weiß nicht. Jeder, der das Player benutzt. Froki und Honig. Alle beide. Ich find's, das ist langweilig. Ich weiß nicht. Mal wieder dieselben. Also so, der Wasserstarter. Ich weiß nicht, was an dem Wasserstarter so cool ist. Ich verstehe das irgendwie nicht. Aber okay. Jedem seine Sache, ne? Werden sich andere bei mir, bei Pikachu auch denken. Was finden die einfach so toll? Ich weiß auch nicht. Ja, ne? Deswegen. Okay. Gut. Haben's geschafft. Sind hier fertig. Wir haben ganz viel gelesen. Nicht? Wir hören dir noch nicht zu. Hör mal. Okay. Und haben den Rivalen-Battle erfolgreich beendet. Das ist wirklich ein schönes Ding. Und wir machen hier aber Schluss. Erstmal. Ich brauche eine Pause. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal von mit bei Pokémon X. Bis dahin. Ja, bis dahin. Ja, genau.